So Leute, heute hier in Elektro-Technik in 5 Minuten, ja ganz kurzes Update wieder zum Depot und zwar wir haben uns Tesla gekauft, der soll uns hier, diese Aktie soll uns hier sozusagen das Depot wieder rausreißen und ich kann es auch gleich sagen wie es aussieht, also ihr seht ja hier immer Depotwert, das ist mein Wert was ich sozusagen habe, was das Depot aktuell wert ist, 1290 Euro und das ist der Wert, was ich, für den Wert, wo ich sozusagen die einzelnen Aktien gekauft habe. Ja und da kommt man sozusagen auf so 33 Euro, was ich noch Verlust habe durch Wirecard, wer sich hier erinnert und weil der Totalverlust von Wirecard und ja, wie sieht es jetzt im Einzelnen aus, also hier Update Juli. Also schauen wir uns mal an, erster Posten hier ist 3M, 3M aktuell hier bei, was immer, ja im ganzen Minus, was habe ich hier, Minus 2,3, 9%, naja es ist nicht gerade der Brüller, Amazon brutal, plus 26%, Apple plus 16%, jawohl, Johnson & Johnson minus 3,6, naja mein schlechter Tag, Lufthansa 0,04, also das ist nämlich der Wert, was ich eingekauft habe, das ist ja Lufthansa, haben ja viele von euch gesagt, warum kaufst du den Lufthansa, was soll denn das wieder werden und so weiter und so fort, aber naja, gucken wir mal, dann hier McDonalds, ja, weil ich ja immer sage, die Leute müssen nicht mehr zum Essen gehen, 1,31%, Brockton Gamble 3,3,3,3,4,5%, ja, dann hier Shell, Minus 3,9%, und SAP plus 9,5%, passt auch, Starbucks 1,85%, und hier Tesla der Neuzugang, 40%, da läutet die Glocke, Leute, da läutet die Glocke, ihr kennt ja die Uhr, hier plus 40%, was hier rausgeworfen ist, also sprich, ich habe 25 Euro investiert hier, ne, das ist nur der Anteil von der Aktie, also ich habe 25 Euro investiert und gleich hier raufgeschmissen auf 34 Euro, also das war auf jeden Fall guter Kauf bis jetzt, und Wirecard natürlich hier, also minus 97,3%, das ist ja fast schon Nostalgie wert, so was sieht man nicht jeden Tag, ja, äh, was auch noch neu dazugekommen ist, ist, äh, nicht nur, ist hier, ne, praktisch, da war schon hervorragend, ist SAP, SAP war hier auch ein Neuzugang, also SAP und Tesla, die beiden hier sind neu dazugekommen, ja, das war's ja schon wieder zum Update, will euch hier nicht länger langweilen, mit irgendwelchen Aktien, ja, Aktien, ich soll mal sagen, Aktien, Plantipps und so weiter, wie schon gesagt, das ist ja meine Strategie, ist keine Anlagenberatung, aber so geht's Richtung, ja, der Wert geht nach oben, und so können wir uns irgendwann mal so ein elektrisches Fahrzeug kaufen, wobei je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, muss ich ganz ehrlich sagen, desto mehr komme ich immer wieder weg, also gerade Hybridgeschichten da, äh, ui, 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 aber das mache ich mal in einem anderen Video, also bis dahin Dankeschön für's zusehen, macht's gut Tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander für Beruhen, abonnieren könnt ihr natürlich auch noch nächstes Video gibt's auch noch, also macht's gut, Tschüss